Was geht ab? Mein Name ist Katoakian und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Podcast. Heute möchte ich mit euch über die Geschichte von Detektiv Conan sprechen, wie ich sie wahrgenommen habe. Und die Geschichte bezieht sich jetzt erstmal nicht direkt auf die Story, dazu kommen wir später, sondern auf die Geschichte im Fernsehen. Wir alle kennen Detektiv Conan irgendwie, ganz besonders die Leute, die mindestens über 18 Jahre sind und die Leute haben Safe damals irgendwie beim Umschalten auf RTL 2, auf Viva, auf Tele 5 irgendwie mal Detektiv Conan gesehen. Und viele Leute, das weiß ich auch, die so in meinem Alter sind, haben Detektiv Conan auch damals wirklich geguckt. Ja, die haben den kleinen Detektiv gesehen, der da Fälle löst. Aber das Ding war halt immer, es liefen nur einige Episoden im deutschen Fernsehen und irgendwann gab es dann eine Sendepause. Ja, da wurde Detektiv Conan Jahre nicht gezeigt, Jahre nicht gezeigt und es ist leider so in der heutigen Gesellschaft, dass etwas, was nicht in den Medien präsent ist, wenn etwas in den Medien nicht stattfindet, gerät das so ein bisschen in Vergessenheit. Ja, das heißt, die Popularität von Sachen wird immer daran gemessen, wie erfolgreich etwas ist, aber natürlich auch, wie oft etwas gesehen wird. Es ist ganz, ganz einfach, wenn ich jeden Tag irgendeine Werbung von irgendwas sehe, ja, dann brennt sich das mehr ein, als wenn ich nur von einem Produkt einmal im Jahr eine Werbung sehe. Das Ganze ist logisch. Und viele Leute bedienen sich halt durch das Medium, ja, Fernsehen, TV, wie auch immer, die verschiedenen Sender und alles so drum und dran. Und was da stattfindet, ist halt generell relevant. Nehmen wir irgendwie mal Tuna Halfman oder sowas, ja. Das Ding ist so, dass es seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten schon fast, also läuft seit über 15 Jahren wahrscheinlich schon im Fernsehen. So, ähm, wo ich mir denke, ja, und jeder kennt Tuna Halfman, ja, aber auch wahrscheinlich nur deshalb, weil es so oft im Fernsehen gezeigt wurde. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte euch einfach zeigen und auch sagen, gerade die Leute, die denken, Detektiv Conan war damals im Fernsehen, es hat mich interessiert, aber dann kam es nicht mehr. Es gibt Alternativen, sich Detektiv Conan weiterhin anzuschauen, die legal sind, die kostengünstig sind, ja. Und ich kann euch sagen, die Geschichte von Detektiv Conan geht immer weiter. Und wir befinden uns aktuell in einer sehr, sehr guten Zeit, dass wir gute Möglichkeiten und Chancen haben, dass Detektiv Conan auch bald wieder im Fernsehen stattfindet, wie wir in den letzten, einigen, äh, in den jüngsten Jahren sehen konnten, ja. In diesem Jahr, im letzten Jahr zum Beispiel auch Detektiv Conan, Kaito Kid ist ausgestrahlt worden auf ProSiebenMax, findet seinen Weg, zum Beispiel Magic Kaito auch auf Netflix, ja. Das sind gute Zeichen. Und ich will einfach den Leuten sagen, weil viele Leute davon ausgehen, wenn etwas nicht gezeigt wird, dann ist es vorbei. Das stimmt nicht so. Und ich sage ganz ehrlich, aus tiefstem Herzen, Detektiv Conan, was man damals gesehen hat, war nur der Anfang. Wir hatten nur diesen kleinen Jungen, man wusste, der wurde irgendwie verwandelt durch irgendein Gift, ja. Der wurde verjüngt, der hatte da seine Freundin gehabt und irgendwie kamen dann noch so die Männer in schwarz und er hat dann einfach Fälle gelöst, ja. So ein kleiner Detektiv, der so ein bisschen Sherlock Holmes nachgeeifert ist. Dann gab es dann noch irgendwie so eine schwarze Organisation, die anscheinend böse ist. Da gab es halt, wie gesagt, das Gift und irgendwie war dann die Frage bei ganz vielen Leuten natürlich, ja, wann wird der wieder groß, ja. Wie findet er eine Lösung, wie sieht die aus, was macht er und natürlich, wann gesteht er dann seiner großen Liebe die Liebe, ja, dass die dann irgendwie zusammenkommen. Das waren so diese ersten Gedanken, die man eigentlich relativ schnell bekommen hatte, wenn man sich damals im Fernsehen Detektiv Conan angeschaut hat. Und viele dieser Fragen wurden halt beantwortet, aber viele Leute, die damals Detektiv Conan geguckt haben, die sich vielleicht auch noch dafür interessieren, wissen das halt einfach nicht, weil Detektiv Conan nicht mehr so zugänglich ist, ja. Ich gehe doch auch nicht ins Internet, wenn ich jetzt so chille und ich habe mir mal vor zehn Jahren irgendeine Serie angeguckt, die ich irgendwie mal ganz cool fand, ja. Also, man kann sich ja nicht immer zurückerinnern, vor zehn Jahren, was genau da geil war und dann googelt man ja nicht direkt im Internet. Also, wisst ihr, was ich meine? Das heißt also, wenn etwas im Fernsehen stattfindet und das ist es ja, das großartige Medium oder halt auch auf Streaming-Anbietern, wie zum Beispiel auch Anime On Demand, da kann man sich auch, ich sag mal, die ersten 400 Folgen anschauen, ja. Sehr, sehr nice, da kann man sich die Laien kaufen und so weiter und so fort. Man kann sich die Filme alle ziehen für einen schmalen Thaler, da kann man sich die Filme halt auch ausleihen kaufen. Man kann sich die natürlich auch bei Amazon oder sonst was kaufen. Was ich euch damit sagen will ist, meine lieben Leute, und ich weiß, ich habe auch Leute, die sind in meinem Alter oder noch älter als ich und die interessieren sich für Conan. Es gibt den deutschen Manga, ja, der ist viel weiter als der Anime und ich möchte einfach in diesem Podcast sagen, dass wir so lange warten mussten, wir mussten so lange warten, bis wieder Folgen aufgenommen wurden. Ja, es wurden ja jetzt vor kurzem über 100 Folgen ausgestrahlt mit deutscher Synchronisation, also deutscher Vertonung. Was quasi auch bei PosiMax gezeigt wurde. Und was ich euch damit sagen will ist, dass der Drang ganz lange von den Fans da war und eine gewisse Popularität da war, dass es sich auch gelohnt hat, für die Lizenzgeber und für die Leute, die das Ganze vermarkten, das dann halt auch zu machen. Ja, denn es ist immer Angebot und Nachfrage und sobald die Nachfrage immer existent bleibt und auch groß ist, wird irgendwann das Angebot früher oder später kommen. Und meine Prediction ist einfach, dass Detective Conan bald wieder, meiner Meinung nach, zu der Stärke zurückfinden wird, gerade in Deutschland, wie es mal war. Ja, das ist natürlich jetzt eine Sache der Wahrnehmung, denn ich habe jetzt niemals irgendwelche Verkaufszahlen verglichen, muss ich euch ganz klar sagen, aber Detective Conan wird einfach unterschätzt. Und ich verstehe das, ich verstehe das, wenn andere Sachen stattfinden. Hier One Piece oder Naruto, das sind alles coole Anime, die habe ich mir auch liebend gerne angeguckt. Und da geht es richtig krass zur Sache so, ja. Und das wird wahrscheinlich immer ein bisschen interessanter sein für die breite Masse. Aber trotzdem ist Detective Conan nicht da, wo es sein könnte. Und ich spreche jetzt hier nur von Deutschland, ja, denn international gesehen oder in Japan oder ich sage mal die anderen asiatischen Ländern, ja, wie zum Beispiel Korea oder Singapur oder sonst was, da ist Detective Conan sehr populär. Deshalb brauchen wir darüber gar nicht sprechen. Und das Ding ist aber, weil es dort stattfindet, ja, es geht dort immer weiter. Natürlich hat es etwas mit der Kultur und sonst was zu tun, aber es ist immer wieder ein wiederkehrender Prozess. Und das ist ganz, ganz logisch, wenn etwas stattfindet, ja, wenn du 40.000 Mal am Tag eine Head & Shoulders Werbung siehst, ist es wahrscheinlicher, ja, ist es wahrscheinlicher, dass du dir in der Regel eher irgendwelche Assoziationen mit Head & Shoulders vorstellst, als mit einer anderen Marke, die du nur einmal im Jahr gesehen hast. Weil das einfach quasi im Unterbewusstsein viel, viel präsenter ist. Ob du es dir jetzt kaufst oder nicht, ist eine komplett andere Sache. Aber wenn etwas stattfindet, ist die Popularität zwangsläufig damit verbunden, ja, es korreliert einfach stark. Wenn etwas oft in den Medien erscheint, ja, wird es einfach viel, viel mehr aufgegriffen, ja. Egal, ob es jetzt in irgendeiner Art von Merchandise-Gesprächen ist. Es ist einfach Thema. Es ist einfach Thema. Und, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich euch sagen will. Und ich bin auch echt stolz darauf, dass ich in meinen Jahren noch miterleben konnte, dass Detektiv Conan damals nochmal neu aufgesetzt wurde, beziehungsweise 100 neue Folgen kriegt. Viele wissen gar nicht, ja, in Detektiv Conan Deutschland ging es damals bis Folge 300 irgendwas. Jetzt sind wir bei Folge 400 knapp. Äh, und das wird halt bald auch weitergehen, ja, in Deutschland. Und das Ding ist, in Japan sind wir schon bei Folge 900, schieß mich tot, ja, 980, glaube ich schon. Äh, ein paar in 80. Auf jeden Fall wissen wir, dass nächstes Jahr die tausendste Detektiv Conan-Folge in Japan erscheinen wird, ja. Wie, wie krank ist das denn? Das heißt, alleine da fehlen uns jetzt quasi schon, ich sag mal, jetzt über 550 Folgen, um überhaupt auf den aktuellen Stand in Japan anzuknüpfen. Und viele Leute machen sich halt auch nicht den Mehraufwand, was ich völlig in Ordnung finde und völlig verstehe, was ich, glaube ich, auch gar nicht machen würde, ähm, wie es weitergeht oder ob es weitergeht, ja. Denn, äh, wenn du jetzt vorm Fernsehen sitzt und dann zufällig darauf einschaltest und dann in der Fernsehzeitung liest, oh, Detektiv Conan, ist das eher wahrscheinlich, dass du dich nochmal dafür irgendwie interessierst, als wenn du dich dann von dir aus, ja, von dir aus irgendwie ins Internet gehst und dann irgendwelche Sachen googelst, wie geht es bei Detektiv Conan weiter. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch, um jetzt vielleicht mal den Sprung von Detektiv Conan zu machen, weil in erster Linie vertrete ich ja Anime, Detektiv Conan ist halt nur einer meiner Lieblingsanimes, wo es die meisten Videos dazu gibt. Aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass Anime und Manga immer weiter wächst, ja. Der Zuspruch wird immer größer, ja. Es wurde damals immer so mit so einem zwinkernden Auge betrachtet, Anime so ein bisschen, ist doch was für Kinder und sonst was. Und ich bin echt glücklich und das sehe ich, ja. Ich sehe das an den ganzen Anime-Kanälen auf YouTube. Ich sehe es an Betreiber, die Manga und die Anime zur Verfügung stellen, ja, wie zum Beispiel Kaze, dass das Ganze wächst, ja. Oder Egmont-Manga, dass das Ganze wächst, ja. Das siehst du, das ist viel mehr Interesse da. Das siehst du an Netflix, an Amazon Prime. Die besorgen sich viel mehr Lizenz, machen sogar eigene Anime schon, ja. Weil die wissen, die Nachfrage ist da. Ja, und wenn du als Anime-Konsument oder als irgendeine Art und Weise, Anime ist schon so ein bisschen mit Rap zu vergleichen. Bei Rap geht es nicht nur um Rap, es geht auch um Hip-Hop, es geht um die generelle Kultur, es geht um Graffiti, es geht um Styles, um Outfits, ja. Es geht um Bling-Bling und so weiter und so fort. Es geht um die Essenz. Und bei Anime geht es halt in erster Linie um diese Essenz. Es gibt nicht nur Anime und Manga, es gibt auch Cosplay, ja. Es gibt Kunst, es gibt eine Kultur dahinter. Und das ist das, was wir niemals vergessen dürfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass diese kranke, geile Kultur meiner Meinung nach, das ist ja immer noch eine Empfindungs- bzw. eine Geschmackssache, immer mehr Anklang in Deutschland findet. Wenn du auf einer Anime-Messe bist oder warst, jeder von euch wird das bestätigen können, die werden immer voller. Die Hallen werden größer, die Veranstalter mieten größere Hallen. Es kommen immer mehr quasi Schausteller hin. Es gibt immer mehr Verkäufer mit Verkaufsständen. Es wird alles bigger, 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 bigger. Und der Markt ist noch längst nicht gesättigt. Und das freut mich als Anime-Konsument umso mehr, ja. Denn umso mehr Anime-Konsumenten da sind, umso größer ist einfach die Community, mit der du dich austauschen kannst. Was ich euch damit sagen will, vielleicht um jetzt mal so einen Schlusspunkt, so ein Schlusswort zu finden. Für alle Leute, in erster Linie natürlich die Leute, wo viele Sachen in Vergessenheit geraten sind. Zum Beispiel Detektiv Conan. Wartet ab, irgendwann wird es wieder in den Medien präsent sein. Irgendwann wird Conan vielleicht zu Netflix kommen. Irgendwann werden wir auch weitere neue Folgen auf ProSiebenMax sehen und kriegen. Die Kinofilme kommen auch wieder in Deutschland. Und ich bin, denke ich mal, sehr, sehr davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind, da bald wieder hinzukommen. Beziehungsweise dahin zu kommen, wo wir noch nie waren. Und zwar Richtung positives Wachstum. Richtung Detektiv Conan. Meiner Meinung nach extrem unterschätzt. Und ich freue mich irgendwann, wenn der Tag da ist, wenn es aber in den Medien auch stattfindet. Ich meine jetzt wirklich konsequent, wie zum Beispiel, dass wir alle anderthalb Jahre oder so neue Folgen kriegen. Oder es auf Netflix kommt. Und wir haben ja Streaming-Anbieter. Wie gesagt, Anime on Demand und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es ja, aber es muss stärker stattfinden. Und wenn das der Fall ist, wird der Anime-Markt generell viel mehr wachsen. Und Detektiv Conan wird, wird endlich so krass behandelt, wie er eigentlich behandelt wer müsste. Leute, guckt euch das mal in Japan an. Es ist zu wild. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Leute, die mir hier zugehört haben. Vielleicht versteht mich einer, vielleicht versteht mich auch keiner. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal gerne in den Kommentarbereich. Wie seht ihr das Ganze? Also seid ihr etwa eine der Personen der älteren Generation, die damals Detektiv Conan angefangen haben und sich denken, okay, ich weiß, dass es Detektiv Conan gibt. Ich warte aber auf die neuen Folgen. Ich möchte mir kein Manga durchlesen. Gibt es vielleicht Leute, die Detektiv Conan damals geguckt haben, die jetzt nicht mehr weitergucken? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall wirklich brennend interessieren, was so eure Bezugspunkte dazu sind. Ich bedanke mich für immer fürs Zuhören. Al-Kaido Akai. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017